Wahlen in Dietzenbach Am 14. März 2021 wird in Dietzenbach gewählt. So funktioniert die Briefwahl? Das sind Sabine und Murat. Sie möchten gerne bequem und sicher wählen und wollen daher die Briefwahl nutzen. Wie dies funktioniert, erklären wir Ihnen jetzt. Um an die Unterlagen zu gelangen, haben Sabine und Murat drei Möglichkeiten. Erstens per Online-Antrag. Zweitens die persönliche Abholung. Und drittens über einen schriftlichen Antrag. Erste Möglichkeit, der Online-Antrag. Sie geben hierzu die Adresse www.diezenbach.de slash Briefwahl in den Browser ein und klicken dann auf den Briefwahl-Button. Oder Sie nutzen direkt den QR-Code, der sich auf Ihrer Wahlbenachrichtigung befindet. Zweite Möglichkeit, die persönliche Abholung. Sabine und Murat können Ihre Briefwahlunterlagen direkt in unserem Wahlbüro im Dietzenbacher Kapitol abholen. Die Wahlunterlagen können Sie dann in Ruhe zu Hause ausfüllen. Oder auch gleich im Wahlbüro. Dritte Möglichkeit, der schriftliche Antrag. Am besten verwenden die beiden hierzu den Vordruck auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. Den Antrag können Sie uns per Post, per Telefax oder per E-Mail zusenden. Alles klar? Oder haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne. Rufen Sie uns an unter 06074 373 872. Gestalten Sie die Zukunft von Dietzenbach mit. Und geben Sie Ihre Stimme ab. Mehr Informationen finden Sie unter www.diezenbach.de slash Briefwahl